Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf einem Boot des Berner Fischerei-Inspektorats beginnen wir unsere Spurensuche. Mit an Bord Professor Helmut Segner, deutscher Hormonspezialist an der Universität Bern. Die Wissenschaftler suchen einen der einheimischen Fischer, denn die berichten seit dem Jahr 2000 von mysteriösen Vorkommnissen. Etwas, was es zuvor noch nie gegeben hat. Fast die Hälfte aller gefangenen Fälchen haben massive Missbildungen an den Geschlechtsteilen. Äußerlich ist den Fischen nichts anzusehen. Ist das besorgniserregend? Ich denke schon, der Fisch als Umweltindikator insofern, das muss in Bezug auf Trinkwasser, muss das schon besorgniserregend sein. Die Ursachen, die müssen unbedingt ermittelt werden. Der See ist Trinkwasserreservoir für rund 400.000 Menschen. Das Wasser gilt als sauber. Was aber verändert hier die Fische? Unser Verdacht? Stoffe, die wie Hormone wirken sollen. Hormonaktive Chemikalien. Doch man weiß nur wenig über sie. Es gibt rund 100.000 Chemikalien. Nach welchen soll man suchen? Viele kann man überhaupt nicht messen. Für die Wissenschaftler beginnt die Jagd nach den Ursachen. Es gibt zurzeit kaum ein wichtigeres Forschungsfeld. Hier untersucht man zwar Tiere, doch die Frage lautet, was passiert mit uns Menschen? Auch bei diesen Stichproben, die Fische haben wieder merkwürdige Missbildungen. Unterschiedliche Entwicklungen der linken und rechten Geschlechtsorgane, also dass die unterschiedlich groß sind. Zum Beispiel ist eine Seite völlig verkümmert, die andere Seite normal. Dann tritt zum Teil auf, dass die an der Muskulatur festwachsen. Das ist also ein veränderter Hoden von einem männlichen Fisch. Und der hier ist reduziert auf diesen kleinen Bereich, der hier an der Muskulatur festgewachsen ist. Andere Veränderung ist, hier sieht man auf dieser Seite einen normalen Hodenbereich. Und hier auf dieser Seite ist er einfach stark reduziert. Die Wissenschaftler erleben bei ihren Untersuchungen weitere Überraschungen. Der See im Berner Oberland beherbergt überdurchschnittlich viele Zwitterfische. Der roten Teil ist reifer als der Eierstockteil. Wir eigentlich nicht wissen, was ist jetzt fahrisch. Ist es eigentlich ein Männchen oder ist es eigentlich ein Weibchen? Spielt hier die Evolution verrückt? Oder pfuscht hier irgendjemand ins Handwerk? Es sind sehr, sehr wenig Erkenntnisse da, was ist eigentlich normal bei vielen Wildtieren und was ist nicht normal. So eine hohe Häufigkeit, wie wir es hier finden an Geschlechtsorganveränderungen, würde ich sagen, erstmal ist kein normaler Befund. Und von daher müsste man es sicher auch als eine beunruhigende Beobachtung einstufen. Jetzt wird die Fälchenbrut hormonaktiven Substanzen ausgesetzt. Stoffe, die in Plastik, Kosmetik, Arznei oder in Pflanzenschutzmitteln vorkommen. Führen diese Laborversuche zu den gleichen Missbildungen wie im Thuner See? Antwort bekommen wir erst in zwei, drei Jahren, sobald die Tiere geschlechtsreif sind. Es gibt weltweit eine Reihe von Beispielen, wo solche Veränderungen ausgelöst worden sind durch hormonaktive Stoffe. Dadurch liegt der Schluss nahe, dass man sagt, es könnten hormonaktive Stoffe sein. Einer der ersten bekannten Fälle ereignete sich 1992 im Apopka-See in Florida. Wissenschaftler entdecken, dass es hier kaum noch Alligatoren gibt. Die wenigen Eier, die gefunden werden, sind mit Chemikalien verseucht. Die Forscher sind überzeugt, dass ein zwölf Jahre zurückliegender Chemieunfall schuld ist, obwohl der See jetzt wieder als sauber gilt. Nachts jagen sie die letzten Reptilien. Die meisten Alligatoren sind zeugungsunfähig. Männliche Tiere verweiblichen, ein Viertel der Penisse ist zu klein oder missgebildet. Seit damals kennt man die verheerende Wirkung von Chemikalien mit hormoneller Wirkung. Extreme Verschmutzungen gehören fast überall der Vergangenheit an. Doch die Chemie ist noch immer da, nur viel subtiler. Sogar in weit abgelegenen Regionen sind heute Schadstoffe nachweisbar, in scheinbar unberührter Natur. Der Schwarzsee in Tirol. Rund zweieinhalbtausend Meter hoch gelegen. Nirgendwo sonst in den Alpen tummeln sich Fische in dieser Höhe. Wissenschaftler wollen die Fische untersuchen, die sich weit ab unserer Zivilisation über Jahrhunderte fortgepflanzt haben. Doch sie erleben eine Überraschung. Das Wasser ist fast genauso belastet wie in der Nähe von Städten. Wir haben natürlich angenommen, dass wir hier viel sauberere Fische finden, als sie in anderen Seen. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Wir waren uns eigentlich perplex und haben nicht gewusst, wo das herkam. Die Erklärung. Chemische Schadstoffe verdampfen zum Teil in warmen Regionen, wandern mit den globalen Winden und schlagen sich in kalten Gegenden nieder. Dieser Effekt führt zu weiteren eigenartigen Beobachtungen. Im Blut- und Fettgewebe der Eisbären messen Forscher Chemikalien und Pestizide. Und das, obwohl die Eskimos weder Äcker düngen noch Schädlinge bekämpfen. Auch Robben sind betroffen. Und so landet ein Chemie-Cocktail auf dem Speiseteller der Eskimos. Lebewesen am Ende der Nahrungskette scheinen besonders belastet zu sein. Eine weitere alarmierende Entdeckung. Eisbärenbabys kommen immer öfter als Zwitter zur Welt. Umweltschützer schlagen Alarm. Hormone sind lebenswichtig. Winzige Mengen steuern Entwicklung und Verhalten von Tier und Mensch. Chemikalien aber ähneln den körpereigenen Hormonen. Sie können das sensible System stören. Das sind Stoffe, die sind zum Teil extrem langlebig. Es ist ganz schwierig, die irgendwie aus dem menschlichen Blut aus den Tieren wieder rauszubekommen. Und wir hinken mit der Forschung einfach total hinterher. Also deshalb ist es irgendwie ganz wichtig, dass diese Stoffe jetzt identifiziert werden und dann einfach auch nicht mehr in Alltagsprodukten auftauchen und prinzipiell einfach vom Markt genommen werden. Wir besuchen den längsten künstlichen Fluss Europas. Fast zwei Kilometer lang. Optimale Voraussetzungen für die Wissenschaftler des Umweltbundesamtes. Welche Auswirkungen haben Schadstoffe auf die Umwelt? Besonders im Visier hormonaktive Chemikalien. Ich denke, das Risiko können wir nicht endgültig bewerten. Wir haben noch nicht alle Daten zusammen. Aber wir müssen aus Vorsorge gucken, dass wir hormonaktive Substanzen so wenig wie möglich in der Umwelt haben, so weit wie möglich aus der Umwelt rausdrängen. Doch wie soll dieses Rausdrängen funktionieren? Ein scheinbar erfolgreiches Beispiel aus der Vergangenheit erweist sich bei näherem Hinschauen als Bummerer. Jahrzehnte benutzte man für Schiffsanstriche TBT. Der Stoff schützt Schiffsrümpfe vor Muschel- und Algenbewachsungen. Doch plötzlich entdeckte man, dass viele Fische in Hafengebieten verweiblichen oder zwitterbilden. Nach langem wissenschaftlichem Kampf wird TBT endlich verboten. Die Chemieindustrie bringt schnell einen Ersatzstoff auf den Markt. Irgarol. Das Umweltbundesamt macht erste Tests mit Irgarol. Und schon wieder. Die dem Stoff ausgesetzten Spitzschlammschnecken verweiblichen. Wir finden jetzt schon das Irgarol in hohen Konzentrationen, zum Beispiel in Bootshäfen für Sportboote. Und wir merken, auch dieser Stoff hat hormonelle Wirkung, und zwar hormonelle Wirkung in den Konzentrationen, die wir auch draußen in der Umwelt finden. Reine Spekulation, sagt die chemische Industrie zu den Ergebnissen der Umweltbehörde. Erst müssten wissenschaftliche Langzeitstudien Beweise und statistische Sicherheit liefern. Im verbandseigenen Fernsehstudio wird uns klargemacht, das Rausdrängen von hormonaktiven Stoffen aus der Umwelt kann dauern. Da müssen Referenzlabors eingeschaltet werden, um wirklich Sicherheit zu haben. Das heißt, eine gewisse Zeit ist immer erforderlich, aber das handelt sich nicht um Jahrzehnte. Es geht da vielleicht um einige Jahre. Ist es dann aber nicht da auch schon dann zu spät, wenn dabei dann rauskommt, das Ganze war schädlich? Ja, aber man kann ja nicht auf Basis von Spekulationen und Vermutungen und Zuruf agieren. Man muss ja schon, bevor man Maßnahmen ergreift, die auch wirtschaftliche Folgen haben, die beispielsweise dazu führen können, dass Arbeitsplätze verloren gehen oder Unternehmen in Turbulenzen geraten, muss man ja schon eine wissenschaftliche Sicherheit haben, bevor solche Konsequenzen gezogen werden. Dass wissenschaftliche Sicherheit manchmal etwas länger dauert, zeigt ein historisches Beispiel. Sir John Franklin wollte mit seiner Mannschaft 1845 einen Weg vom Nordpol in den Pazifik finden. Die Expedition scheitert. Alle Männer sterben. Obwohl sie doch Proviant für mehrere Jahre dabei hatten, verpackt in Konservendosen, in bester Absicht entwickelt von der Industrie. Erst rund 140 Jahre später kommen Wissenschaftler der Todesursache auf die Spur. Sie graben Leichen aus Franklins Team aus dem ewigen Eis. Schuld war eine Bleivergiftung, stellt sich heraus. Blei aus den Konservendosen kam in die Nahrung und von dort ins Blut der Expeditionsteilnehmer. Eine Erfindung, die das Leben einfacher und besser machen sollte, brachte den Tod und die Expedition um ihren Erfolg. Heute finden sich Abbaustoffe von Plastik- und Pflanzenschutzmitteln in fast allen Gewässern. Prof. Werner Kloas erforscht seit über einem Jahrzehnt die Auswirkungen von hormonaktiven Chemikalien. Schon winzige Mengen eines Stoffes, der beispielsweise in Konservendosen vorkommt, beeinflusst die Sexualentwicklung. Befindet sich dieser Stoff im Wasser von Kaulquappen, gibt es später plötzlich immer mehr Weibchen bei den Fröschen. Ein anderer Versuch. Werner Kloas gibt das Abbauprodukt eines herkömmlichen Pestizids ins Wasser von Kaulquappen. Dieser Stoff schaltet ein Hormon aus, das für die Entwicklung wichtig ist. Nach einigen Wochen zeigt sich ein erstaunlicher Effekt. Im sauberen Wasser entwickeln sich die Tiere zum Frosch. Im Belasteten dagegen sehen wir nur Riesenkaulquappen. Es ist insofern sicherlich besorgniserregend, dass man doch relativ leicht feststellen kann, dass es Wirkungen auf diese hauptsächlichen Zielsysteme des endokrinen Systems, eben die Fortpflanzung und auch das Schilddrüsen-System gibt. Letztendlich ist es eben so, die Tiere dienen eigentlich als Modellorganismen. Wenn es bei den Tieren zu Effekten kommt, wird es in irgendeiner Weise für den Menschen natürlich auch bedenklich. Keines der Tiere wird sich weiterentwickeln oder gar fortpflanzen können. Doch die Chemieindustrie nimmt auch dieses Experiment nicht ernst. Denn die Konzentration des Stoffes war beim Versuch um ein Vielfaches höher, als sie in der Natur vorkommt. Die Erfahrungen mit den hormonaktiven Industriechemikalien zeigen aber, dass in allen Fällen die Konzentration die Grenze unterschreiten, unterhalb derer eine schädliche Wirkung zu erwarten ist und auftreten kann. Und welche Dosierung ist jetzt im linken Kasten an der Reihe? Wir haben hier die hohe gehabt. Und jetzt soll man die Niedrigdosis applizieren. Professor Ibrahim Schahoud will es ganz genau wissen. Wir sind an der Charité, weil er und sein Team mit niedrigen Konzentrationen arbeiten, die auch in der Umwelt vorkommen. Schwangeren Laborratten werden Inhaltsstoffe aus Alltagsplastik verabreicht. Haben die geringen Dosierungen Auswirkungen auf die Nachkommen? Tatsächlich. Einige der neugeborenen Ratten weisen einen Hodenhochstand auf. Bei anderen ist die Entwicklung der Hodenhochstand auf.